Hallo, hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven Geburt bis zum Tod. Heute spielen wir Geburt bis zum Tod als Superstar zusammen mit der Izzy wieder. Und ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unbedingt den Kanal. Da verpasst ihr nämlich keine neuen coolen Roblox-Videos mehr. Und auch keine Minecraft oder was auch immer ich sonst hochlade. Und dann würde ich sagen, let's go! Oh Mann, oh Mann, ich hoffe, meine Hausherzten kommt gleich. Mein Baby kommt jeden Moment. Oh, ich glaube, das war dieses Haus, oder? Oh mein Gott, oh, hier! Doch das andere Haus. Oh, hallo! Ja, ich habe die Ärztin gerufen. Ich bin schwanger, mein Baby kommt jeden Moment. Sie sehen ja gar nicht schwanger aus. Was ist mit ihrem Bauch los? Ja, ich wurde entfangen gehalten auch natürlich, aber... Das ist ja der Wahnsinn, da kommen sie mal her. Ich muss mir mal erstmal eine Liste machen. Also wie, äh, wie viel wiegen sie? Au, ich wiege, äh, ich weiß es nicht, wie viel ich wiege. Lass uns mal ihr Baby sehen. Ich, äh, muss das mal hier, äh... Wie will ich mein Baby sehen? Äh, ich meine, Entschuldigung, das ist meins. Äh, kurz mal reingucken, wo es geht. Aha, ja, ich leuchte. Und, äh, ja, ihr Baby wiegt 10 Kilogramm. Mein Baby? Was? Ich glaube, sie brauchen eine Spritze, das kriegen sie sonst nicht hin. Ja, bitte geben sie mir eine Spritze, geben sie mir alles. Ach, zack! Und... Dann legen sie sich am besten hin. Leg ich mich hin, okay. Äh, äh, so. Genau. Und jetzt einmal pressen. Ich spring da auch rum. Komm schon, raus! Nein, au! Au, 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 das tut... Raus! Au! Und... Ja, es ist da! Es ist ein Mädchen! Äh, äh, yay! Hier, nehmen sie! Äh... Hier ist ihr Baby. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Es ist ein wunderschönes Mädchen geworden! Es ist ein wunderschönes Mädchen geworden! Yay! Ich bin so aufgeregt, meine Mama hat gesagt, heute wird mein erster Tag in der Schauspielschule. Äh, hallo! Ich bin frei! So frei! Sind Sie meine Schauspiellehrerin? Was? Schauspielerin bin ich richtig. Äh, von mir aus? Was willst du lernen? Äh, meine Mama hat gesagt, ich soll hier hin, damit ich später groß und berühmt werden kann. Ja, dann... So wie sie einmal war. Äh, wie sie... Wie ich einmal war, groß und berühmt. Äh, bist du auch groß und berühmt? Ich bin schon längst groß und berühmt. Hey, du hast ja ganz schönes Talent. Mach das schon mal. Wow, nicht schlecht. Dafür kriegst du einen Dino. Einen Dino? Also, was möchtest du lernen? Ich kann dir beibringen, wie man singt. Willst du Sängerin werden? Ähm, ja. Okay, alles klar. Dann nimm mal das Mikrofon hier. Kann ich dir das einmal geben? Mhm. Alright, nimm mal. Dankeschön. Und dann sing mal. Ähm... La, 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 la. Oh, grottig. Vielleicht hast du ein anderes Talent. Wie wär's mit Gitarre spielen? Okay. Nimm mal. Alright. Ist ganz schön groß für mich. Äh, findest du? Ist sie zu groß? Äh... Vielleicht finden wir was anderes, was du gut kannst. Es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. Ich komm dran. Ah, ja. Gar nicht mal so schlecht. Wie klingt das? Ähm... Soll ich dabei noch singen vielleicht? Ja, mach mal. Äh... Soll ich ein bestimmtes Lied? Oder einfach wieder Töne? Ich kann beides. Ich kann vor allem gut Töne. Äh, ja. Töne wären okay. Äh... Hör auf zu singen. Oder ich muss dir die Gitarre kaputt schlagen. Nein, nicht die Gitarre. Ich will die Gitarre behalten. Du hast aber kein Talent. Ich hab kein Talent. Okay, du musst Schauspielen lernen. Richtig? Du willst Schauspielen lernen. Okay. Dann, äh, machen wir jetzt mal ein kleines, äh, Roleplay. Okay? Ich bin jetzt hier die Kassiererin und du bist ein Kunde. Okay. Und es geht los. Hallo, ich hätte gerne eine Pizza. Ja, hallo und willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Hallo, ich hätte gerne einen Burger. Einen Burger. Einen Veggie-Burger. Möchten Sie unseren Big Vegan TS probieren? Der ist neu und der ist sogar vegan. Ich möchte gerne den Big Vegan TS probieren. Dankeschön. Das ist ja ganz wunderbar. Ich hätte auch gerne eine große Pommes. Äh, ja, eine große Pommes. Das habe ich Ihnen schon mit dabei gemacht im Menü, das Ganze? Ja, bitte. Ja, sehr gerne. Hier ist die Essung. Dann hätte ich gerne das Geld. Ähm, okay. Ich habe kein Geld dabei. Aber hier. Du, du, du. Ich zahle mit meiner Kreditkarte. Was? Nein, darf ich nicht. Äh, Kreditkarte? Ja. Ja, wir nehmen, wir nehmen auch Kreditkarten. Gut. Ja, kein Problem. Und heute bekommen Sie sogar zu Ihrer Bezahlung eine Blume mit dazu. Eine Blume? Ja, hier, bitteschön. Dankeschön. Nur für dich. Gerne doch. Dein Tablett kannst du dir vom Boden aufsammeln. Meine Damen und Herren, jetzt kommt die berühmte Tochter von jemand Berühmten. Also sie ist nicht berühmt, aber sie ist die Tochter von jemand, der berühmt ist. Und Applaus! Wuhu, 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 juhu, wuhu. Dankeschön, dankeschön. Ähm, ich habe ein Schauspiel-Skid für euch vorbereitet. Das habe ich gelernt in der Schauspielschule, wo ich hingehe, weil ich eine Berühmte machen habe. Wow, schau mal, wie hübsch sie ist. Ähm, okay. Seid ihr alle bereit? Sie ist bestimmt voll talentiert. Okay, ähm, die Szene spielt in einem Fastfood-Restaurant. Oh, willkommen bei McDonald's. Was ist Ihre Bestellung, bitte? Hallo, ich hätte gerne einen veganen Burger. Oh, da kann ich Ihnen den Vegan Royal TS anbieten. Buhu. Ähm, okay, ja, gerne. Dankeschön. Juhu. Ich hätte dazu gerne eine große Pommes. Die Pommes-Maschine ist leider kaputt. Nein. Nicht schlecht. Ha? Boom. Äh, was? Das hat mir meine Schauspiel-Lehrerin beigebracht. So schlecht. Wie das war schlecht? So super schlecht. Wie das war schlecht? Ich gehe wieder. Oh mein Gott, endlich mein eigenes Haus. Nicht mehr zu Hause, weil der Familie wohnt. Oh, da ist sie. Moment, ein paar. Die berühmte Berühmtheit. Und? Oh, das war aber hervorragend. Oh, ich werde Fotos davon machen. So, Garage zu. Mrs. Ronja. Können Sie bitte meine Privatsphäre respektieren? Mrs. Ronja, wie war Ihr letzter Auftritt? Äh, nichts Besonderes. Also meine Auftritte, klar, die liegen mir alle am Herz. Was sagen Sie zu Ihren Fans? Ähm, ich liebe meine Fans alle. Und was haben Sie heute Morgen zum Frühstück in der Toilette hinterlassen? Äh, darüber möchte ich bitte nicht sprechen. Das ist mein Privatleben. Mrs. Ronja, die Leute sind interessiert. Entschuldigung, bitte respektieren Sie mein Privatleben. Äh, Mrs. Ronja, ein letzter Kommentar. Bitte kommen Sie ans Mikrofon. Äh, ja. Was tragen Sie heute für Socken? Äh, für Socken. Ich trage heute Adidas-Socken. Oh Mann, das ist, das ist unglaublich. Da werde ich eine Story drüber schreiben. Danke, Mrs. Ronja. Kein Problem. Okay, dann geht es jetzt mal ins Haus. Ach, endlich die eigene, die eigenen vier Wände. Ich glaube, oh, nee, mit dem Grün, das muss ich aber auch nochmal umgestalten. Da werde ich meine Innenarchitekteurin nochmal anrufen und sagen, dass das so nicht geht. Und das war die Premiere des Filmes des Jahrtausends. Und jetzt begrüßen Sie meine Damen und Herren mit einem großen Applaus den Kast. Woooo. Yeah. Kommen Sie auf die Bühne. Hallo. Hallo. Hi. Ähm, Sie sind der Moderator. Oh, ist hier ein Fan auf der Bühne. Ähm, ja, der Film. Ach, mich sind mal diese Fans. Wie hat es Ihnen gefallen? Der Film, ähm, ich muss sagen, es war ein Projekt, was ich schon länger verfolgen wollte. Ich bin großer Fan vom Regisseur. Wir haben da ein bisschen kreativ mitwirken können. Ähm, liebe Grüße gehen raus, auch an meinen tollen Cast. Äh, alle meine Schauspielkollegen. Wirklich, ähm, super Arbeit. Ähm, kann ich, habe ich nur lobende Worte für meine Kollegen. Ich würde sagen, meine Leistung war natürlich auch, ähm, wie immer. Ich darf Ihnen jetzt einmal hier ein paar Blumen überreichen. Vielen Dank. Glückwunsch für den Film. Wir sind alle höchst beeindruckt von Ihrem Können. Ah, ja. Applaus! Dankeschön, Dankeschön. Wir sind ja so begeistert, dass Sie heute dabei sind. Kommen Sie bitte mit. Gerne, gerne. Ähm. Ich zeige Ihnen, wo wir aufnehmen. Hier vorne, hier einmal bitte eintreten. Äh, ja. Genau, äh, ich folge Ihnen. Einfach geradezu? Richtig, wir können, genau, wir haben verschiedene Sets. Ähm, wir können am besten hier erst mal anfangen auf der Bühne, würde ich sagen. Genau, dann machen wir dann erst mal die Fotos für Shooting, ja? Also, äh, für die Platte. Okay, dann, äh, hier so am Mikrofon vielleicht? Äh, das wäre gut. Ansonsten können wir auch danach nochmal sitzen probieren hier. Äh, okay, ich sitze mich hier. Ähm, genau. Und dann können Sie in dieses Mikrofon hier, das Sie, sehen Sie das? Da rein singen. In das Mikrofon? Aber da komme ich jetzt nicht in die Richtung. Äh, einfach nur so tun. Von hier aus sieht es aus, als wäre das Mikrofon direkt bei Ihnen. Ah, okay. Okay, ja, das ist klar. Dann fange ich mal an mit den Fotos, ja? Aha. Okay. Okay. Zack, zack, zack. Ist gut so? Ja, ja, ein bisschen mehr lächeln. Okay, ja. Ich lächle. Und jetzt grimmig gucken. Ich weiß nicht. Kopfstand auf den Händen. Aha. Mit dem Händen über den Boden rutschen. Was? Nein. Drei Rollen rückwärts. Ah. Oh, ich glaube, wir haben das Foto, wir haben das Foto. Wir haben das Foto. Hier, final, sehen Sie das? Oh, oh, ja, wow. Es ist nicht wunderbar, es ist perfekt. Das wird so wunderbar aussehen auf der Platte. Oh, mein Gott. Da bin ich gespannt. Ja, vor allem, wenn das erstmal mit Licht noch bearbeitet ist. Das sieht dann sicher toll aus. Wenn Sie möchten, können wir das gerne noch woanders mal probieren. Wir haben ja mehrere Sets. Ähm, ja, gerne. Wenn wir noch ein gutes Set finden. Wir können das einmal im Kino. Wir haben noch ein Kinoset vorbereitet. Ja. Ruhig einmal hinsetzen. Oder vor... Genau, wir können einmal hinsetzen. So? Und, ähm, ja, das sieht super aus. Exakt. Ja? Ein paar Fotos, ein paar verschiedene Mimiken, bitte. Posen. Okay, ja. Ja, okay, wunderbar. Und jetzt, äh, vor dem Bildschirm. Wieso? Perfekt. Ja, ja. Ja? Eindeutig. Oh, super. Warten Sie, ich muss noch mal kurz runtergehen, äh, auf die, auf die Knie und von hier aus fotografieren. Mhm. Ja, wir haben es. Oh man, das war wirklich fantastisch. Ich bin ja so beeindruckt. Oh, vielen Dank. Wunderbar. Dankeschön, dankeschön. Ich danke Ihnen, wirklich. Das war wirklich fantastisch. Ich lasse Ihnen die Bilder dann per E-Mail zukommen. Okay, vielen Dank. Gut, wir haben meinen, äh... Ja, und gibt's noch Pizza, wenn Sie wollen. Äh, oh. Nee, danke. Ich achte auf meine Ernährung in letzter Zeit. Halt auch wegen dem neuen Film. Ja. Danke, danke. Ja, gut. Dann einen schönen Tag noch. Wiedersehen. Ebenfalls. Okay. Ah, da ist ja mein Auto. So, einmal einsteigen. Und dann geht's ab nach Hause. Und das Grün. Du, du, du. Und, äh, was? Ach, der kann nicht fahren. Der kann hier einfach nicht Autofahren, der andere. Okay, Moment. Äh, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, irgendwas ist kaputt gegangen. Ah, irgendwas, irgendwas brennt. Ich muss hier raus. Äh, okay, okay. Äh. Oh, mir geht's nicht gut. Äh. Oh, ich glaub... Oh, ich glaub mein Kopf. Ah. Ähm. Krankenwagen. Könnt ihr einen Krankenwagen rufen? Die Leute, die hier sind. Oh, da kommt ein Tubschrauber. Hallo. Wo ist hier der Unfall, der gemeldet wurde? Hier unten. Ah, hier vorne direkt. Ja, hier unten. Oh. Oh, ja, wir kommen schon. Oh. Okay, einmal ablanden und runtergehen. Bitte einmal einsteigen. Ah, okay. Ich glaub, ich hab mir irgendwie meinen Kopf angeschlagen. Mir geht's gar nicht gut. Mir ist ganz schwindelig. Sie bringen mich ins Krankenhaus? Wir fliegen jetzt natürlich sofort ins Krankenhaus. Ist es normal, dass man alles dreifach sieht? Ja, das ist vollkommen normal. Oh, ich glaub, ich muss mich übergeben. Gar kein Problem. Äh, kotzen Sie einfach in die Tüte neben Ihnen. In die Tüte neben mir. Okay, verstanden. Ja, ja, natürlich. So, jetzt runter mit dem Ding hier. Oh, Mann. Der Landeanflug, der dauert aber auch immer wieder eine Weile. Der dauert ein bisschen. Vielleicht können wir früher aussteigen. Ich glaub, das ist nicht so eine gute Idee, aus dem Hubschrauber zu springen. Aber wir sind ja schon verletzt. Was kann da noch groß passieren? Ja, das ist richtig. Au! Da sind wir auch schon. Hier einmal im Krankenhaus. Lady! Äh, ich würde gern mal diese junge Dame hier anmelden. Äh, die hat ein paar Knochenbrüche, glauben wir. Und die müsste einmal zum Röntgen gehen. Ich übernehme das auch. Ich bin nämlich auch Ärztin und Pilotin. Ah, das ist mir auch Ärztin? Ja, ja, ich hab hier mal gearbeitet im Krankenhaus. Au, meine Beine. Au, au, au. Ja, ja, die Beine. Alles gut. Können Sie mich nicht auf einer Liege oder so? Hier, einmal bitte rein, hinlegen. Gar kein Problem. Sehen Sie, ist doch alles in Ordnung. Okay, ich guck mir das mal an. Okay. Au! Das klingt nicht gut. Das klingt auch nicht gut. Ah! Das klingt gar nicht gut. Ähm, ja, es ist alles okay. Also, sie werden sterben. Ich werde sterben? Ja, sie werden sterben. Was? Ich bin ja noch so jung. Sie sind eigentlich schon tot. Was? Ich bin erst... Au, au. Ich kann nicht aufstehen. Sie hätten nicht aus dem Hubschrauber springen sollen. Sie haben doch gesagt, das ist egal. Ich dachte, sie sind Ärztin. Oh, mir geht's wirklich nicht gut. Ich glaube, vielleicht hatte die Ärztin recht. Vielleicht sterbe ich wirklich. Kann man an Knochenbrüchen sterben? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht habe ich mir davor bei dem Autounfall noch irgendwas eingefangen. So, wo ist denn meine Patientin? Ich bin die Gämpfe eingeatmet. Hallo, ich bin hier. Hallo, Patientin. Na, wie geht es Ihnen? Sie sind doch die gleiche Ärztin wie eben. Ich habe doch gesagt, ich bin Ärztin. Ich arbeite Ihnen nebenbei im Krankenhaus. Also, wie gesagt, mein Urteil steht fest. Sie sind so gut wie tot. Ich kann Ihnen auch diese Spritze hier setzen. Die geht schneller. Dann geht es schneller. Muss ich leiden? Ja, natürlich. Beim Sterben? Ja. Dann setzen Sie mir die Spritze. Aber wissen Sie was? Ich habe noch ein Geschenk für Sie, bevor es soweit ist. Oh. Ja. Nochmal Blumen. Dankeschön. Ich brauche sie nicht. Ich dachte, Sie freuen sich mehr über Blumen. Nochmal Blumen. Hören Sie. Ich sterbe hier. Seien Sie nochmal ein bisschen dankbar. Ich sterbe hier. Ach, dankeschön. Dankeschön. Aber finden Sie nicht, dass die Blumen gut zu meinen Haaren passen? Klar. Tipptopp passen die. Super. Vielleicht behalten Sie die Blumen doch. Yeah. Ich darf die Blumen behalten. Oh, jetzt setzen Sie mir die Spritze, bitte. Es tut weh. Ich will, dass es vorbei ist. Ja, ja. Ist schon erledigt. Sie haben es gar nicht gemerkt. Okay, das war es dann aber mit dieser Folge von Roblox Brokehaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Ich kann eine Playlist machen für die ganzen Geburt-bis-zu-Tod-Teile, weil es mittlerweile ja schon ein paar sind. Falls ihr da noch Interesse habt, die anderen Teile zu gucken, seht ihr hier am Ende in der Endcard verlinkt. Schaut unbedingt bei der Izzy auch vorbei. Die macht auch coole Videos. Du lebst wieder, Ronja. Ich bin so glücklich. Ich lebe wieder. Komm auf meinen Rücken. Ich kann nicht. Doch, du musst einfach nur annehmen. Ich sehe das nicht. Warte, jetzt kann ich es sehen. Yeah. Ronja ist am Leben. Abonniert den Kanal, würde ich sagen. Richtig. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos mehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Das Auto brennt. Ciao. Bis dahin. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017